Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, wir haben heute wieder das Epoxy Tarts am Start und wer mich kennt, ich nehme das von Resin vor Dekor, wenn ich es richtig ausspreche. Wenn ich daran denke, verlinke ich es euch auch nochmal. Also ich persönlich finde es halt Tatsache am besten, aufgrund dessen, weil es halt von der Handhabung her sehr einfach ist, für mich als, ich nehme mich jetzt mal immer noch Anfänger, aufgrund dessen, weil natürlich viele Dinge noch nicht ganz so unter Kontrolle sind, wie ich sie jetzt so gerne hätte und aber eben halt auch die Überraschung halt auch ganz gerne mag und dadurch, seht ihr schon, ich mische wieder an, habe auch diesmal relativ viel, weil ich ein großes Projekt vorhatte und bei dem Resin ist Tatsache das so, dass das 1 zu 1 angemischt wird, das heißt der Härter und das Hart selber werden im gleichen Mischverhältnis angefertigt und ganz wichtig, ordentlich umrühren, es sollten mindestens 5 Minuten sein, also dementsprechend unbedingt da immer so ein bisschen schauen. Und ich habe diesmal für meine Freundin, die hat jetzt zum Glück auch schon Geburtstag gehabt, deswegen kann ich dieses Video jetzt endlich hochladen und habe also eine pinke Kollektion gemacht für sie und ich hoffe, sie hat sich gefreut. Ich habe das Feedback jetzt noch nicht bekommen, aber ich denke, das, glaube ich, gefällt ihr. Und sie hat schon ab und an mal von mir einen Schlüsselanhänger bekommen mit ihrem Vornamen, Buchstaben und das heißt, ich gieße jetzt auch das C und habe so ein bisschen Glitzer und eben halt auch rosa Resin, also so eine Pigmente mit reingemacht, damit sie halt, weil sie pink halt sehr gerne mag, rosa ist das halt der Sache so für sie genau richtig. Und ich muss sagen, von den Glitzer-Sachen, das rosa war jetzt leider dann doch nicht mehr so viel zu sehen, aber was soll's, das ist in Ordnung. Und als nächstes habe ich einen Untersetzer, ebenfalls in pink, damit die Kollektion vollständig wird und genau dadurch, wie gesagt, ich habe ja auch genug Resin angerührt und habe dementsprechend also auch den Untersetzer in pink gemacht. Wie gesagt, ganz wichtig, unbedingt aufpassen. Ich habe, wie gesagt, auch, ihr müsst, wenn möglich, immer eine Maske aufsetzen, das ist wichtig. Und Handschuhe sind unheimlich wichtig, weil das ist einfach eine chemische Reaktion, die dort passiert und dementsprechend unbedingt aufpassen. Und dann so ein bisschen schauen. Und ich habe so ein bisschen für mich geschaut, was kann ich denn ihr da jetzt noch Schönes reinmischen und habe also jetzt neben dem rosa oder pink, je nachdem, jeder sagt ja so ein bisschen anders, habe ich ihr jetzt auch so ein bisschen weiß mit reingemischt, damit einfach so ein bisschen die Strukturen dieser Zauber, der durch Resin passiert, dann auch zur Geltung kommt, wer meine anderen Videos schon gesehen hat, der wird, glaube ich, wissen, was ich meine. Resin ist so zauberhaft, also ist für mich immer wieder noch spannend, was da so passiert. Und genau, und dann hatte ich noch solche Glitzer-Sachen. Ich muss mal sagen, ich war sehr vorsichtig eigentlich, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, was mache ich damit. Und, aber ich finde es tatsächlich toll. Also ich hätte es nie gedacht, dass das für mich so einen tollen Effekt dann auch macht. Ihr werdet es beim Ergebnis sehen. Wie gesagt, ich finde es klasse. Genau, also auf jeden Fall gut durchrühren. Mit Resin könnt ihr euch eigentlich so toll austoben, könnt euer Fantasie freien Lauf lassen. Ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen, nämlich dann, wenn es aushärtet, bis das endgültige Ergebnis ihr aus den Formen holen könnt, müsst ihr es zumindest bei dem Harz 24 Stunden lang aushärten lassen. Also Geduld mitbringen. Genau, also das ist jetzt mein erstes Resin-Video, glaube ich, seit einer ganzen Weile jetzt schon. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass ich jetzt wieder eins hochgeladen habe. Und wie gesagt, ich konnte manche Sachen jetzt nicht hochladen. Ich habe dann noch ein Video, was ich eben auch für meine Freundin gemacht habe. Das werde ich auch in Kürze dann hochladen. Also dementsprechend werdet ihr jetzt auch, was Epoxy-Tarts jetzt so ein bisschen betrifft, auch wieder ein bisschen bedient werden. Und genau. Ansonsten, ihr auf meinem Kanal, ich erzähle einfach so ein bisschen nebenbei, bekommt ihr ja unheimlich viel. Ich werde jetzt auch demnächst jetzt dann auch was für Weihnachten hochladen. Ich habe ein, zwei, drei Sets, die ich dort habe, was Weihnachten angeht, wo ich einfach mal ausprobieren will, was passiert da, wie funktioniert das. Das kann man die Sets empfehlen und dadurch wird das dann auch in Kürze kommen. Und genau, ich lade in der Regel sonntags hoch. Da wird nicht nur gebastelt. Ich lade auch ein Musikvideo in der Regel hoch, also wo ich bei Bands war. Das bin nicht ich, die dann dort singt, sondern das sind Bands, wo ich war auf dem Wochenende oder ähnliches. Manche Sachen sind schon ein bisschen älter. Also ich lade dann immer so ein bisschen die einzelnen Lieder auch nochmal hoch. Und genau. Aber das Basteln ist halt für mich so ein bisschen Ausgleich und wo ich mich so ein bisschen ausprobiere und die Sets auch ausprobiere, weil dieses einfach so ein bisschen zur Ruhe finden geht. Ihr seht schon, ich war ziemlich am Anmischen für den Untersetzer. Das heißt, nicht nur Pink, sondern eben auch Rosa. Also ich habe zwei unterschiedliche Rosatöne jetzt genommen. Letztendlich hat man den Unterschied nicht so extrem jetzt gesehen. Wusste ich leider vorher nicht. Ich fand es jetzt vom Pigment her schon ein Unterschied, aber wie gesagt, das kam jetzt gar nicht so dolle rüber und dadurch war das dann auch in Ordnung, sage ich jetzt mal. Ich habe der Sache auch vier Farben letztendlich genommen, um einfach die Abwechslung besser hinzubekommen, damit diese, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ich sage ja immer, da passiert so ein gewisser Zauber mit dem Harz und gerade wenn man dann doch sieht, wie dieses Harz sich so verändert über die Zeit. Also ich liebe es ja. Ich schaue immer wieder mal, wenn ich es dann auch trocknen lasse, wie sich es so verändert hat. Man sieht es ja nicht sofort, was sich da verändert und auch dieser Zauber, dieses aus der Silikonform rausholen, ist tatsache so unheimlich schön. Genau. Und jetzt geht's los. Ich mache ja in der Regel, dass ich von außen nach innen arbeite. Manchmal arbeite ich aber eben auch, dass ich das durchsichtige Harz erstmal als Basis nehme und erstmal da so eine Grund in die Mitte reinmache. Ist aber immer unterschiedlich. Im Normalfall packe ich schon, dass ich halt von außen nach innen arbeite. Und jetzt habe ich das Glitzer mit reingemacht. Wie gesagt, ich war total überrascht. Ich fand's toll. Probiert's gerne mal aus. Ich liebe dieses Glitzer. So, jetzt kommt das etwas dunklere Pink. Wie gesagt, letztendlich war dieser Unterschied dann gar nicht so groß jetzt, aber vielleicht ist er wenigstens so ein bisschen zu sehen. Und dann kommt noch so ein Schluck Weiß rein. Ich finde das Weiß immer sehr, sehr angenehm, weil das so ein bisschen dieses Entschleunigen, dieses extrem bunte halt rausnimmt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und dadurch versuche ich da immer diesen Touch dann nochmal so reinzubringen, dass es einfach so ein bisschen nicht ganz so extrem dann wird. Und in die Mitte kommen nochmal so ein paar kleine Glitzer rein. Ihr seht schon, da geht es nochmal so schön auseinander. Ich weiß nicht, wer die anderen Videos nochmal gesehen hat. Jetzt mache ich nochmal so einen klitzekleinen Klecks von dem Durchsichtigen rein. Wie gesagt, das ist so ein... Wo dann nochmal der Zauber nochmal passiert, wenn dann alles wieder zusammen geht von den Farben her. Also klar, jetzt aktuell durch das Transparente geht es jetzt nochmal auseinander. Aber es geht ja auch wieder zusammen. So, und als nächstes habe ich Tatsache, ich mag diese Form mittlerweile sehr, sehr gerne, auch wenn sie nicht ganz einfach ist zu gießen, muss ich mal sagen. Das ist eine Feder, das ist so eine Unterlage, wo man... Also ich habe es zum Beispiel meine selber habe ich jetzt eben auf Arbeit, wo ich meine Büroklammern reinpacke. Also auch für Arbeit habe ich mir Sachen schon gemacht und freue mich da natürlich dann auch. Und man muss halt sehr, sehr aufpassen, dass man halt auch wirklich dort drinnen jede Ecke trifft, dass da auch überall was reinläuft. Es ist halt... Man sieht es ganz, ganz schlecht, weil es eben halt so eine milchige Form hat. Und dadurch muss man einfach so ein bisschen aufpassen und hoffen, dass das funktioniert dann auch, dass da eben keine Ecke offen bleibt, dadurch scharfe Kanten zum Beispiel entstehen. Und... Aber das hat man, glaube ich, auch bei jeder anderen Form. Aber wie gesagt, am schwierigsten finde ich es aktuell bei der Form, weil das halt nicht ganz so einfach ist. Aber ich dachte mir, so eine hübsche, pinke Form kann ich zu der Kollektion mit dazu machen. Für meine Freundin. Und wie gesagt, sie hat einen ganz großen Fable für Pink. Und dementsprechend dachte ich mir, passt das. Und hatte jetzt eben auch keine zusätzlichen Farben soweit angemischt, sondern eben Tatsache einfach nur die Farben, die bereits angemischt waren, habe ich dann so genommen. Und... Also... Klingt jetzt böser, als ich es meine, aber dieses Reste verwerten, um halt zu schauen, dass man halt eben nichts... Ich mag nichts weniger, als dass man dann eben Reste... ...wegschmeißt und dementsprechend... ...ist das, glaube ich, eine ganz schöne Variante, wenn man dann eben nochmal... ...so die Reste in eine Form packen kann, wo man, glaube ich, auch nichts falsch machen kann. Also mit Resin, ja, man kann Sachen falsch machen, das ist schon richtig, aber in der kreativen Gestaltung kann man nichts falsch machen. Man darf sich austoben, man darf es leben, man darf einfach... ...alles machen und ich liebe es, falls das noch keiner gemerkt haben sollte. Ja, falls ihr die Videos von mir mögt, falls ihr mehr von Resin sehen wollt oder was auch immer ihr gerne sehen wollt, entweder gerne Wünsche äußern, könnt ihr mir dann wirklich in die Kommentare reinschreiben, falls ihr Fragen habt. Ich versuche immer so gut wie möglich, alle Produkte zu verlinken. Und ihr seht schon, jetzt, um nochmal ganz kurz mich selber zu unterbrechen, ich nehme den Stab dann und versuche einfach in die kritischen Ecken einfach auch nochmal reinzustechen, um zu... sicher zu gehen, dass da halt der Sache auch überall Resin reinpasst und eben halt keine Luftblasen oder ähnliches zurückbleiben. Ja, wo war ich? Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, ich freue mich und beantworte auch gerne Fragen. Und ansonsten freue ich mich auch über einen Daumen nach oben, ich freue mich auch über ein Abo und wie gesagt, es ist alles überhaupt keine Pflicht, ich freue mich über jede Reaktion von euch und hoffe natürlich, dass euch die Videos gefallen, egal ob ihr jetzt einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo. Und genau. So, da habe ich jetzt die nächste Form, die Form, da seht ihr schon, das ist so eine Art Blumenform, da sind auch so kleine Abwärts. Ich habe jetzt mal einfach ein bisschen den Turbo angeschmissen, damit ich euch nicht so viel zulabere und weil das Gießen sieht man ja trotzdem. Also natürlich muss man, dass man ganz viel Liebe und viel Bewusstsein einfach dafür auch machen und dadurch, ihr seht schon, ich suche da gerade nach den Alkohol-Ingfarben und hatte dann so ein bisschen was ausprobiert. Ihr werdet es am Ergebnis sehen, ich werde nichts vorgreifen und dadurch auf jeden Fall bei den Alkohol-Ingfarben immer so ein bisschen drauf achten, eine Farbe und dann das Weiß, dieses weiße Pinata habe ich jetzt mit dazu genommen und habe dann eben unterschiedliche Farben. So ein bisschen auch schauen, dass halt nicht zu viel von dem Alkohol-Ings, ansonsten könnte es sein, dass einfach die, das Ergebnis nicht ganz so schön jetzt wird. Aber ich wollte es zumindest mal ausprobieren, weil bei manchen hatte ich irgendwo gesehen, die haben so ein bisschen mehr als das, was ich bisher immer bei Alkohol-Ing-Projekten gemacht habe, reingemacht, was ich natürlich dann so ein bisschen schade fand, wenn dann irgendwie vielleicht doch noch vielleicht mehr reingekundet hätte. Also dementsprechend heißt man diesmal richtig übertrieben. Und als nächstes habe ich dann Tatsache, weil ich hatte ja noch Epoxid-Tarts, habe ich also noch einen Untersetzer mitgemacht und habe mich eben auch wieder in dieser pinken Farbe-Range ausgetobt. Wie gesagt, sind alles oder fast alles auf jeden Fall als Geburtstagsgeschenk gedacht. Wie gesagt, deswegen konnte ich es vorher auch noch nicht hochladen, aber ich wollte es total gerne ihr damit eine Freude machen und habe mich dann eben, auch wenn pink nicht ganz meine Farbe ist, ich bin eher so der Blau-Petrol-Typ, also so wie meine Handschuhe diesmal sind, so ist halt eher meins. Aber wie gesagt, das ist halt alles Geschmackssache, jeder hat seine Farben, jeder fühlt sich mit jeder Farbe auch ganz anders wohl und habe mich dann, wie ihr seht, auch ganz spontan entschieden, weil ich halt noch genug hatte für einen zweiten Untersetzer. Und wie gesagt, ich liebe ja diese Glitzerpartikel. Wie gesagt, ich hätte es überhaupt nicht gedacht, dass ich diese Glitzerpartikel so toll finden würde. Und habe es halt auch so ein bisschen unterschiedlich jetzt gemacht. Zwar in der Mitte die Glitzerpartikel und einmal habe ich dann das weiß glitzernde Außen und einmal um die Glitzerpartikel gemacht. Ebenso habe ich es mit dem Pink, dass ich da so ein bisschen geschaut habe, weil ich sie überall woanders hingemacht habe und habe da einfach so ein bisschen Abwechslung jetzt reingebracht. Das kann man dann auch gut als Set nehmen, gerade weil die Farbmöglichkeiten dann halt doch alle sehr ähnlich sind und aber eben doch irgendwie anders ausschauen. Und kenne ich von vielen YouTubern, die mit Epoxidats arbeiten, die versuchen da Sets zu machen, aber eben halt unterschiedlich zu gestalten. Und genau, und jetzt kommen die Ergebnisse. Ich fand es tatsächlich unheimlich spannend. Und ihr seht schon, ich räume sie jetzt alle hin. Ich packe sie immer zur Seite, weil das ist ja auch ein Tisch, mit dem ich halt auch andere Sachen mache. Und genau, und packe sie mit euch zusammen aus. Ich muss dazu sagen, ich habe auch eine Schüssel das erste Mal gemacht. Ihr seht schon, die ist da noch in dem drinne. Das heißt, die Schüssel habe ich eben nach circa acht bis zehn Stunden aus der Form genommen und habe sie dann in diese Schüssel reingedrückt, so dass sie noch leicht flexibler war und ich dadurch eine Chance hatte, diese Form halt dann auch hinzubekommen. Ich habe also das C ausgepackt. Daraus wird dann ein Schlüsselanhänger gemacht. Dort werde ich dann oben einen Haken rein montieren und eben halt auch die ganze, was zu einem Schlüsselanhänger gehört, einfach mit dazu. Und hier ist das, wie gesagt, ich finde es nicht ganz so schön, aber das ist auch da wahrscheinlich Geschmackssache. Ich habe es auch nicht verschenkt, muss ich dazu sagen. Es hat was, aber irgendwie auch wieder nicht. Es war einfach zu viel Alkoholink. Es hat überhaupt nicht diesen Zauber jetzt gehabt. Aber wie gesagt, die Einfärbung an sich war ja jetzt gar nicht schlecht. Und genau, das ist der eine Untersetzer, die ich zum Schluss gemacht habe. Wie gesagt, ich finde sie toll. Was sagt ihr? Wie findet ihr sie? Oder wie findet ihr überhaupt die Sachen, die ich diesmal gemacht habe? Ich finde sie toll. Ich finde sie einfach toll. Letztendlich sind beide sehr ähnlich geworden, aber sie sind halt einfach so in der Art halt für sich, jeder für sich ein Unikat. Ich hoffe, das kommt gut rüber, wie sie aussehen und dadurch. So, dann kommt meine Feder. Ich bin ein Feder-Typ. Ich mag Federn. Ich habe auch einen Ohrring mit Feder, meine Piercings und so. Da habe ich jetzt einfach auch einen wunderhübschen Stecker jetzt gefunden als Feder. Ich bin ja mittlerweile übergegangen, dass ich meine Ohrringe nicht mehr paarweise kaufe, sondern nur noch einzeln. Weil es gibt so tolle Sachen, dass ich denke, ich will nichts doppelt haben. Ich will in jedem Loch was anderes haben. Und da kommen bestimmt noch mehr Ohrlöcher dazu. So, die Form ist tatsächlich gar nicht so einfach immer auszupacken. Man kämpft so ein bisschen, aber ich finde es so, so schön. Also wie gesagt, ich bin ein Fan von Federn und ich finde, die ist auch so schön geworden und hat da einfach so ein bisschen den Charme auch, ne? Dass man da so ein bisschen, jo. So, und das ist jetzt Tatsache mein erstes Mal gewesen, dass ich so eine Schüssel versucht habe. Es war jetzt dann nicht ganz so einfach, die jetzt rauszubekommen, aber trotzdem ist die Schüssel echt schön geworden. Also es hat sich Tatsache gelohnt, dadurch da die Silikonform halt so ein bisschen kleiner ja auch war und ist das halt so eine kleine Schüssel jetzt geworden. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben oder einfach auch ein Abo gerne dalassen. Schreibt mir gerne, was ihr euch wünscht oder Fragen oder ähnliches. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Sonntag habt und wir sehen uns nächste Woche Sonntag sonst wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.